Will mir den Sascha-Hellinger-Vlog reinziehen, weil ich glaube, der ist echt sehr, sehr sexy, Digger. Sascha ist halt einfach ein alter YouTube-Goat. War zu laut. Leben momentan zwei, drei Leute auf dir raten, was im nächsten Cut passiert. Motherfucker, mach mal erstmal dein Licht richtig, Alter. Noch kurz die Uhrzeit, 6.40 Uhr. Vielleicht habt ihr es ja manchmal schon erraten. Bevor ich aber schlafen gehe, ich will euch noch eine Sache zeigen. Krass, oder? Digga, der Typ ist der Beste, dieser Wakey-Wakey-Typ. Kennt ihr den? Der Typ ist geil, Alter. Sehr motivierende Persönlichkeit. Oh, der Zoom. Verdammt. Danke, Marc, für das geile T-Shirt. Jetzt bin ich mal geschenkt, ich muss es einfach klauen. Leute, wir haben nicht viel Zeit. 13.05 Uhr, wir müssen jetzt sofort auf die Autobahn. Es geht heute los und zwar fahren wir heute... Scheiß drauf, Digga! Digga, wer ist dieser irrelevante Spast, Alter? Was ist das für eine Kacke hier? Wie geht diese FLOG denn überhaupt los, Mann? Woher fahren wir, Digga? Wir fahren zu Marc. Wie laut trinkst du? Oh, ich verstehe nicht, warum die Leute nicht Gold oder Silber kaufen. Ich hab die Kacke... Hey, hat der gerade den Ton in das nächste Bild übergehen lassen? So auf Effekt-Moment. Oh, krass, Alter, habt ihr das gesehen? Das macht normalerweise niemand. Warum sollte man auch das machen? Bei so einem irrelevanten Cut die Audiospur ins Bild übergehen lassen vom nächsten Cut. Daran merkt man einfach, dass Sascha der letzte Hund ist. Ich sehe nicht, warum die Leute nicht Gold oder Silber kaufen. Ich hab die Kacke, es ist ein Deal. Warum kaufen die Leute nicht? Ey, Marc, das war falsch. Leute, bitte merkt euch noch eins. Es gibt morgens nichts Besseres. Achtung, Video überwarten. Achtung, die Polizei... Das Haus zu verlassen und diese Aussicht zu haben. Was ist das? Was machst du noch hier? Wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn man bei Marc ankommt... Ich war ja neulich auch wieder bei ihm, um den Stream zu machen. Das Geile ist bei Marc... Wenn du hier reinfährst, steht schon hier Marc sein Team. Die warten dann schon, wer jetzt hier kommt. Und Marc steht wirklich hier oben wie so der Kaiser von diesem Grundstück, okay? Und er wartet das niedere Volk von oben und guckt so auf einen herab mit seinem Anzug. Es ist wirklich... Es ist wirklich so. Ihr wisst nicht, wie groß das ist. Nur als Relation. Ich bin 1,87. Ey, es ist wirklich so groß. Aber gut von der Cam, dass sie so dieses Stück vom Boden hier fokussiert hat. Ich muss echt sagen, dieses Moos wird auch generell von der Kamera als relevanter erkannt. Als dieser Schriftzug oder halt auch als Sascha selber. Finde ich sehr, sehr strong. Warum besitzt man sowas? Ganz wichtig, hier an der Stelle, Baseballschläger passen zum Anzug. Digga, Marc, Alter. Ich schwöre, der Typ, Mann, ey, der geht wirklich zur Schlägerei im passenden Outfit, Alter. Das ist unfassbar. Doc, bitte pack deine Sachen, der Typ tritt durch. Wieso? Okay, wer fehlt noch? Wer fehlt noch in meinen Blocks? Na, wenn? Ach, du bist da unten? Ja, klar. Du hast keinen Espresso zu Hause? Hä, Mist, ist das? Hamid, ich habe eine Frage. Erzähl. Könntest du mir helfen mit der Bewertung von etwas? Ja. Wir gehen los. Okay. Die 911er Tee, das ist schon mal selten. Boah, was für eine geile Farbe. Fuck. Und innen schön die Kabel sitzt. Seht ihr diesen Gesichtsausdruck? Wenn Hamid sich so auf gezwungen begeistern muss über den Porsche, weil Hamid gar kein Porsche-Fan ist, Digga? Äh, Hamid? Ich meinte den Roller. Oh, nein, nicht dein Ernst. Rechts. Der ist ja noch in der Elektro-Roller. Ja, ist das ein Problem? Äh, komm, das kann ich hier nicht helfen, Alter. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Hamid kein Porsche-Fan sein kann. Digga, Porsche ist doch die geilste Marke der Welt, jetzt mal ohne Witz. Also, preis-leistungstechnisch ist es ja wohl das absolut Beste, was man bekommen kann. Oder? Sehe ich das grün. Äh, 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 äh Ich würde übel gerne lange darüber reden, was heute jetzt passiert, wo ich hin muss 7.18 Uhr, 7.19 Uhr Ja, was ist das für eine Einstellung? Wie kommt diese Uhrzeit da bei ihm so in so einem Eck drin? Wie hat er das gemacht? 7.18 Uhr Gameboy Advance SP? Das ist ja richtig fresh Gameboy Advance SP Hintergrund Wie holt man sich das? Das ist tatsächlich strong Aber ich mach Sascha jetzt ganz sicherlich nach 7.19 Uhr Ich muss los nach Hamburg Boarding 8.10 Uhr Let's go Alter, seit wann singt Sascha denn im Auto mit? Und filmt sich dabei und lädt es hoch, Digga, über mich regt er sich auf Ganz kurz, das will ich euch jetzt mal nämlich ganz kurz zeigen Und zwar gehe ich da mal auf den Scheiß-Mehr-Anzeigen-Kanal, ja So, mehr Anzeigen Dieser Drecks-Channel, ja So, dann gehe ich hier nämlich auf diese Drecks-Reaktion Oh, warum immer singen? Warum immer singen, Sascha? Scheiße, man Es nervt so, wenn man singt Halt's Maul Warum immer singen, Digga? Let's go Aber dann selber im Video mit singen, Digga Sag mal Sascha, Sascha, hast du gerade auch gemerkt, dass es dann doch ziemlich cool ist, im Video zu singen, oder? Ich bin angekommen Bin ich eigentlich nur für eine Unterschrift jetzt hier hergekommen? Ja Eine Unterschrift Aber es lohnt sich Auf jeden Fall Cool Ich war gerade zwei Stunden in diesem Notariat Ist es richtig? Ich glaube Notariat Hat mir alles angehört Und wer war natürlich nicht da Wie findest du das Emoticon? Hey, hat Max sich jetzt eigentlich aktiv dazu entschieden, die Glatze zu behalten? Das sieht mir tatsächlich so aus, oder? Ich habe irgendwie Bock auf was Süßes noch, oder? Irgendwas braucht mein Magen noch, der ist noch nicht befriedigt Meinst du? Ich glaube, das ist es nicht Ich glaube, ich brauche eher sowas wie eine Mandarine Haben wir nicht, ne? Wir haben Äpfel heute vergessen Liebe dich Liebe dich! Hallo! Ja, also Ich muss aber nicht sagen Trimax Ich finde, Trimax steht die Glatze, aber ehrlich nicht schlecht Also, ich, ohne Witz Ich bin, äh, bei dem Box-Event, ne? Ich stehe da so Auf einmal taucht er bei mir im Augenwinkel auf Mit einem Anzug, ne? Und ich gucke so Ich denke so, Digga, no way, Carl S, ne? Und ich gucke so Und ich so, oh mein Gott Es ist Trimax, Alter Das konnte nicht wahr sein Es ist nicht das erste Mal, dass Max und ich Was einfach in den Sand setzen werden Oh, stimmt Warte Warte Ey, der Depp war schon wieder clean wie beim Metzen Das macht er jetzt doch gesehen Du hast voll kleine Hände Ich hab's geschafft Ich bin wieder in Stuttgart Und es gibt nichts besseres Als nach Hause kommen nach so einem Tag Hallo? Ungenogen Mein ganzer Tag Bestand nur aus Sitzen Aber Morgen ist es soweit Onkel Paul kommt nach Stuttgart Prost Jetzt ist es soweit Das ist mein Outfit Und das ist mein Beifahrer Hi Die Sonne scheint Handy klingelt Ziggy ruft an Ich bin heim oder lass mal ein bisschen rumfahren Hehehe Ok, Stecki aus Kurzem Wir sind noch nicht einen Meter gefahren. Aber ist okay. Paul? Kurzes Recap zum Sido-Konzert. Ich glaube, ich spreche für alle, die bei dem Konzert da waren. Ich habe nochmal nachgefragt. Er hat über 35 Lieder gespielt. Nicht nur, dass du die Luft dafür brauchst. Du musst dich ja auch an alle Lyrics erinnern können. Und wir alle kennen Paul. Der ist Kiffer. Also Paul, falls du das sehen solltest, du hast meinen Respekt. Digga, Sascha, hier mit neuem Vlogging-Style, muss ich sagen, feiere ich ehrlich gesagt sehr. Immer wieder neue Locations, einen Satz aufnehmen. Wisst ihr, warum Sascha so ein geiler Typ ist? Weil der Junge einfach, wenn er eine Sache macht, okay, dann macht er die richtig geil. Also du sagst Sascha nicht, mach mal einen Vlog und dann macht er irgendeinen Vlog. Sondern er macht so einen Vlog, also nicht so wie Inscope-Lifestyle, okay. Sondern er macht einen Vlog, der richtig geil ist. Der überlegt sich. Und da brauchst du, äh, shizzy, shizzy boy, auch nicht ein Okay in den Chat schreiben. Ja, da musst du sowas schreiben wie, wirklich okay? Ja. Und ich muss wirklich sagen, Sascha macht das hier sehr, sehr, sehr geil. Äh, ich find's auch im Übrigen sehr, sehr geil, dass er, äh, einfach jetzt vloggt. Weil Vloggen ist einfach generell eine extrem nice Sache. Wenn man Kopf und Zeit dafür hat, Beste. Ey, einer der besten Live-Künstler in Deutschland. Und ich wünschte, wir könnten in diesem Vlog mal kurz Luft holen. Ich, ich, ja, nein, ich mein's wirklich ernst. Aber, Sekunde, ich muss jetzt schon wieder nach Köln. Koffer, Kasse, Stativzündung. Das ist das nächste, was ich bei Sascha extrem bewundere. Dieser Typ kann einfach in seinem Leben dauerhaft auf Achse sein, ohne dass es ihn abfuckt. Digga, wenn ich allein zwei oder dreimal irgendwo hinreisen muss, Digga, ich krieg schon die Krise. Ich sag immer so, Digga, ich hab Heimweh, ich will nach Hause. Oh, nee. Hey, die Musik, sie ist so laut. Drehtag von den Allerjutsen und ich dachte, ich nehm euch mal mit. Man, fuck mich das ab, dass der gerade schon wieder in seinem Video gesungen hat, dieser Hund. Oh, ey. Bro, nee. Ey, Jungs. Eigentlich haben diesen Song ja alle liebend. Wird's schwer? Ne, super einfach. Heute ist easy, heute ist richtig easy. Ganz einfach. Ich bin jetzt durch. Und was soll ich euch sagen? Ich glaube, ich war leider nicht immer der Schlauste. Verdammt. Wir hatten heute für die Allerjutsen ein neues Konzept und zwar bei Jena. Die Musik ist eine gute Backgroundmusik. Einzelne. Das geht aus dem aktuellen Glücksack. Sorry. Und zwar war jeder Einzelne da für seine Aufgaben. Dafür sind wir bei dem zweiten Dreh. Heute Abend. Mit allen zusammen. Großartig. Schöne. Oh, wie seht ihr alle aus? Das ist ja geistesgestört. Oh mein Gott, ey. Ey, Doc, du hast deine Kamera vergessen. Ey, Doc, du hast deine Kamera vergessen. Ey. Idiot. Leute. War ich da lustig, Leute? Seien ehrlich. Kurzes Feedback bitte für den Joke. Ah, Digga. Wirklich schlechtester Chat auf ganz... Also, schlechtester Chat auf komplett Social Media, Digga. Es gibt nichts Geileres, als nach so einem Drehtag nach Hause zu fahren und einen Live-Podcast noch haben zu dürfen. Obwohl, manche haben geschrieben, dass es lustig war. Ja, doch nicht der Schlechteste. So sieht es aus, wenn du mit Tim Gabel Auto fährst. Bro, ich hab keinen Sitz mehr. Du hast ja ein fucking Bett. Ist das ein Placement für Emma-Matratzen? Tatsächlich. Also, so eine gute Matratze. Ich schlafe auf einer Emma-Matratze. Ich hab auch einen übrig, wenn jemand eine wird. Ey, mein Tim ist immer so geil. Guck mal, Tim ist so ein Typ von Mensch, okay? Du willst so einen absurden Joke machen oder du willst einfach ihn nur mit Scheiße vollmüllen und er packt sich so diesen kleinen, mini-mikroskopischen Sandkorn an Wahrheit, die in diesem Witz drin steckt und wandelt es komplett um in eine ganz andere Situation. Ey, ja, Bro. Du hast recht? Nein, wirklich ohne Scheiß. Und du kannst mit ihm diesen Joke nicht machen. Es funktioniert, er ist immun dagegen. Entweder, er versteht es wirklich nicht, ja? Er guckt dich dann an und bei so einem extrem sarkastischen Joke, bei dem jeder checken würde, ey, Bro, war nicht ernst gemeint, guckt er dich an und sagt so, wie meinst du das, Bro? Oder er nimmt diesen Joke und biegt ihn sich so zurecht, dass es dann der Wahrheit entspricht. Es macht einfach keinen Sinn, mit Tim so die Jokes zu machen. Wenn man noch eine Emma-Matratze will, einfach bei Tim melden. Ich glaube, mehr unterwegs kann man im Vlog nicht sein. Ich schwöre. Das Wichtigste ist, ich habe euch nicht mal überall hier mitgenommen. Ja, Digga, Digga, du bist auch wirklich am Arsch. Ich sag's dir ganz ehrlich, Digga. Ich werde ja in demnächst auch mit Sascha unterwegs sein. Ich weiß nicht, was ich darüber alles sagen darf. Aber der Typ ist ja gerade schon wieder die ganze Zeit nur noch unterwegs. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich bin zwischenzeitlich noch nach Barcelona geflogen. Bin von dort aus nach Montpellier gefahren, um von dort aus nach Andorra zu fahren. Ja, Digga, das wären bei mir schon vier Vlogs gewesen. Um dann wieder zurück nach Barcelona zu fahren und dann wieder nach Hause zu fliegen. Das Ganze ist für eine Produktion, die im Januar rauskommt. Ich habe ja Bock drauf. Das ist eine Serie. Ich mache sechs Jobs in sechs Ländern. Aber ich glaube, der Vlog darf hier ein Ende finden. Und für das Ende darf eine Person nicht fehlen. Du Ratte, du nichtstutzige, faule, privilegierte Ratte. Und jetzt sag ich dir auch, ich sag, wenn du mich nochmal hier zu so einem Teilhustler-Business-Termin runterrufst, während ich gerade oben meine Bratkartoffeln am Durchdschungel bin, gell? Dann sag ich dir alles ab, dann gibt es Stress. Wie siehst du aus? Max, zwei Gulabstuppen bitte? Ja. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Dafür muss ich einfach runterkommen, Digga, und den Auftritt machen. Also, man muss wirklich sagen, ich finde Sascha, und hier auch der Vlog kam ja geisteskrank an, Digga. 60 Dollar Likes, richtig gut, Alter. Sascha, es ist noch nicht 20 für 20, machen einen ruhigen Hasen. Das ist ein Abstand, die geilsten Vlogs, die es auf YouTube gibt, selten so kurz in... Ach, Digga. Man merkt einfach, man merkt richtig, wie lustig deine Freunde sind und wie angenehm... Vor allem Max und Niko einfach gute Freunde und lustige Lebensgefährten... Lebensgefährte? Niko holt mir eine Parodie immer wieder ab, okay? Ja, also, muss ich wirklich sagen, wirklich ein gutes Video gewesen von Sascha. Und ich hoffe da wirklich auch in der Zukunft auf weitere Vlogs. Im Übrigen, bei mir könnt ihr natürlich auch auf weitere Vlogs hoffen, was ihr wahrscheinlich natürlich auch tun werdet. Boah, die stinken ganz übel. Ich habe auch ein ganz komisches Loch im Magen, kennt ihr das?